So, da bin ich mal wieder zurück mit einem kleinen Infovideo, denn alle die, die heute morgen den Shop unter Shop Video gesehen haben, haben wahrscheinlich auch nicht gemerkt, so wie ich, dass sich im Shop einiges geändert hat. Nämlich, wenn wir hier unten hingehen, das Paket hat ja vorher 30 Euro gekostet, jetzt kostet das Paket allerdings in Anführungszeichen nur noch 20,09 Euro. Und jetzt kann man anfangen zu überlegen, lohnt sich das oder nicht? Ich, ich meine, man kriegt 1000 V-Works, 3 Skins, 3 Pickaxe, 3 Rückenaccessoires und ein, warte mal, ein Kleider, ne? Kleider, 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 ja, den Kleider. Juckt halt schon wieder in den Fingern, ne? Und denkt dran, ihr wisst ja, wenn ihr mich irgendwie unterstützen wollt, natürlich gerne Creator Code eintragen, yt-femmwerk, Grüße gehen raus. Dann geht es natürlich des Weiteren um ein anderes Paket, nämlich das hier. Das konntet ihr jetzt bei mir nicht sehen, weil, aus einem ganz einfachen Grund, weil ich es mich schon bereits gekauft habe. Aber auch das müsste jetzt eigentlich ganz normal im Shop zu sehen sein. Schreibt mal gerade bitte dann in die Kommentare, ob es jetzt drin ist oder nicht. Weil ich kriege es wahrscheinlich, wenn ich hier auf Ansehen gehe, dann zuckt es ganz kurz, auch selbst das macht es nicht mehr und dann ist es hier unten nicht drin. Aber ich habe bei anderen gesehen, dann ist es hier daneben. Also in dem Sinne, das wollt ihr euch nur als kleine Info raushauen und in dem Sinne euch natürlich noch viel Spaß beim Leveln. Wir können mal ganz kurz gucken, zack, zack, zack. Wie weit bin ich jetzt? 75, Aufgaben alle erledigt. Gut, Tagesaufgaben, ihr seht, ich kam gerade erst nach Hause. Und in dem Sinne würde ich sagen, weiterleveln und euch einen schönen Tag und haut herein. Gut.